Der Schreiber des Börsenmaklers Kurz nach meiner Heirat kaufte ich eine ärztliche Niederlassung im Pellington-Distrikt. Die Praxis hatte einmal floriert, aber als Mr. Farker, von dem ich sie übernahm, ins Alter kam und ihn dann auch noch der Veitstanz befiel, war sie doch sehr zurückgegangen. Das Publikum beharrt begreiflicherweise auf dem Prinzip, dass derjenige, der andere heilen will, selbst gesund sein sollte. Und es betrachtet die heilenden Kräfte desjenigen mit Misstrauen, der die eigene Krankheit mit seinen Mitteln nicht besiegen kann. Auf diese Weise ging die Schwächung seiner Gesundheit mit einem Verfall der Praxis einher, bis sie zu der Zeit, da ich sie ihm abkaufte, von 1200 Pfund Einnahmen im Jahr auf wenig über 300 Pfund gemindert war. Dennoch, ich vertraute meiner Jugend und meiner Energie und war davon überzeugt, dass das Unternehmen innerhalb weniger Jahre wieder wie einst prosperieren würde. Nachdem ich die Praxis übernommen hatte, arbeitete ich drei Monate lang sehr hart und sah wenig vor meinem Freund Sherlock Holmes. Ich war allzu beschäftigt, um einen Besuch in der Baker Street zu machen, und er ging selten außer Haus, es sei denn aus beruflichem Anlass. So war ich sehr überrascht, als ich eines Morgens im Juni, ich las eben nach dem Frühstück das British Medical Journal, die Haustür klingel und bald darauf die helle, irgendwie kräftige Stimme meines alten Gefährten hörte. Hallo, Watson, sagte er von der Zimmertür her. Ich freue mich sehr, Sie anzutreffen. Ich nehme an, Mrs. Watson hat sich von den kleinen Aufregungen erholt, die unser Abenteuer mit dem Zeichen der Vier auslöste. Vielen Dank, es geht uns beiden gut, sagte ich und drückte ihm herzlich die Hand. Und ich hoffe auch, fuhr er fort, indem er sich im Schaukelstuhl niederließ, dass die ärztlichen Pflichten nicht gänzlich ihr Interesse an unseren kleinen Deduktionsproblemen verdrängt haben. Im Gegenteil, antwortete ich. Erst gestern Abend habe ich meine Aufzeichnungen durchgesehen und einige der damaligen Ergebnisse klassifiziert. Ich hoffe, Sie betrachten Ihre Sammlung nicht als abgeschlossen. Auf keinen Fall. Ich kann mir nichts Besseres als weitere Erlebnisse derart wünschen. Zum Beispiel schon für heute? Ja, heute, wenn Sie möchten. Auch wenn es so weit weg ist wie in Birmingham? Gewiss, wenn Sie es wünschen. Und die Praxis? Ich helfe meinen Nachbarn, wenn der keine Zeit hat. Er ist immer bereit, seine Schulden abzuarbeiten. Ha, es könnte sich nicht günstiger fügen. sagte Holmes, lehnte sich in den Schaukelstuhl und sah mich aus halbgeschlossenen Augen durchdringend an. Ich bemerke, dass Sie sich kürzlich nicht wohlgefühlt haben. Mit Erkältungen im Sommer wird man nicht leicht fertig. In der letzten Woche war ich durch einen Schnupfen drei Tage ans Haus gefesselt. Aber ich glaubte, ich hätte alle Spuren der Krankheit überwunden. Das ist wohl auch so. Sie sehen ausgesprochen robust aus. Wieso sind Sie dann darauf gekommen? Mein lieber Junge, Sie kennen doch meine Methoden. Sie haben also darauf geschlossen? Gewiss. Gewiss. Und? Wovon sind Sie ausgegangen? Von Ihren Pantoffeln. Ich blickte auf die neuen Hausschuhe aus Lackleder, die ich trug. Wie um alles in der Welt, begann ich, aber Holmes beantwortete meine Frage noch, ehe ich sie gestellt hatte. Ihre Pantoffeln sind neu, sagte er. Sie besitzen sie noch nicht länger als einige Wochen. Die Sohlen, die Sie mir zukehren, sind leicht angesenkt. Einen Augenblick dachte ich, sie wären vielleicht nass geworden und beim Trocknen angebrannt. Aber am Spann klebt noch die Papiermarke mit dem Firmenzeichen des Händlers. Die hätte sich durch Nässe abgelöst. Also müssen Sie mit ausgestreckten Beinen am Feuer gesessen haben. Und das tut man im Juni kaum, selbst wenn es so feucht ist wie in diesem Jahr. Es sei denn, man fühlt sich nicht völlig gesund. Diese Schlussfolgerung erschien simpel, wie alle, die Holmes anstellte, wenn sie einmal erklärt waren. Er las mir diesen Gedanken vom Gesicht ab und sein Lächeln hatte einen Anflug von Bitterkeit. Ich fürchte, ich verrate mich immer mit meinen Erklärungen, sagte er. Ergebnisse ohne erkennbare Ursachen sind viel eindrucksvoller. Sie wären also bereit, mich nach Birmingham zu begleiten? Gewiss. Worum handelt es sich? Das erzähle ich Ihnen im Zug. Mein Klient wartet draußen in einer Droschke. Können Sie sofort mitkommen? Nur noch einen Augenblick. Ich schrieb meinem Nachbarn einige Zeilen und lief die Treppe hinauf, um meiner Frau alles zu erklären. Holmes wartete bei der Haustür. Ihr Nachbar ist jener Arzt? Fragte er und wies auf das Messingschild. Ja, er hat wie ich eine Praxis gekauft. Eine alteingeführte? Genau wie meine. Beide bestehen, seit die Häuser gebaut worden sind. Und Sie haben die bessere erworben? Ich glaube schon. Aber woher wissen Sie das? Die Stufen. Ihre sind drei Inches tiefer abgewetzt als seine. Aber der Herr dort in der Droschke ist mein Klient, Mr. Hall Pycroft. Ich erlaube mir, Sie ihm vorzustellen. Treiben Sie Ihr Pferd an, Kutscher. Die Zeit reicht gerade noch, um unseren Zug zu erreichen. Der Mann, dem ich dann gegenüber saß, war ein gut gebauter junger Bursche, mit offenem, ehrlichem Gesicht, frischem Teint und einem dünnen, gekräuselten Schnurrbart. Er trug einen glänzenden Zylinder und einen adretten, schlichten schwarzen Anzug. Und das alles drückte aus, was er war. Ein smarter, junger Mann aus der City. Doch einst ein typischer Cockney, wie heute die meisten in unseren tüchtigen, freiwilligen Regimentern. Eine Schicht, die mehr gute Sportler stellt als irgendeine andere dieser Inseln. Das runde, rötliche Gesicht strahlte natürliche Heiterkeit aus. Aber die Mundwinkel waren in fast komisch wirkendem Kummer heruntergezogen. Erst als wir in unserem Abteil erster Klasse saßen und die Reise nach Birmingham begonnen hatte, erfuhr ich, mit welchen Sorgen er zu Sherlock Holmes gekommen war. Die Fahrt dauert siebzig Minuten, stellt Holmes fest. Ich möchte, Mr. Hall Pycrift, dass Sie meinem Freund Ihre interessanten Erlebnisse genau so erzählen, wie Sie sie mir vorgetragen haben, wenn möglich gar mit noch mehr Einzelheiten. Es wird für mich nützlich sein, die Reihenfolge der Ereignisse noch einmal zu hören. Das ist ein Fall, Watson, der es möglicherweise in sich hat. Oder an ihm ist überhaupt nichts dran. Jedenfalls besitzt er zumindest die Außergewöhnlichen, diese Otre Züge, die Sie und ich so sehr schätzen. Nun, Mr. Pycroft, werde ich Sie nicht länger aufhalten. Unser junger Begleiter zwinkerte mir zu. Das Schlimmste an der Geschichte ist, sagte er, dass ich mich selber als ausgemachten Narren darstellen muss. Natürlich kann alles zu einem guten Ende kommen, aber ich weiß nicht, wie ich anders hätte handeln sollen. Wenn ich meine Stellung verlieren und mit leeren Händen dastehen sollte, wird mir wohl aufgehen, was für ein Pflaumenheini ich gewesen bin. Ich kann nicht gut Geschichten erzählen, Dr. Watson. Da lässt sich nichts machen. Ich war bei Coxon & Woodhouse in Drapers Gardens angestellt. Dann wurde die Firma kurz nach Beginn dieses Jahres durch die venezolanische Anleihe hereingelegt. Sie erinnern sich wohl an das Vorkommnis, und sie geriet in die Bredouille. Weil ich schon fünf Jahre da gearbeitet hatte, stellte mir der alte Coxon ein prima Zeugnis aus, als der Hammer gefallen war. Aber natürlich wurden wir Angestellten alle siebenundzwanzig auf die Straße gesetzt. Ich versuchte immer wieder, Arbeit zu kriegen. Aber es gab viele Burschen, denen es so wie mir ging, und ich stand lange Zeit im Regen. Bei Coxon hatte ich drei Pfund die Woche, etwa siebzig hatte ich davon gespart. Aber durch die hatte ich mich bald durchgefressen. Schließlich war ich mit meinem Latein ziemlich am Ende und hatte kaum noch das Geld, die Briefmarken für die Bewerbungen und die Couverts zu kaufen, in die ich sie stecken musste. Von dem vielen Treppensteigen zu den Büros waren meine Schuhe verschlissen, und eine Anstellung lag noch genauso fern wie zuvor. Endlich las ich in der Zeitung von einer freien Stelle bei Mawson & Williams, der großen Maklerfirma in der Lombard Street. Vielleicht kennen Sie sich in E.C. nicht so sehr aus. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es fast das reichste Haus in London ist. Die Annonce sollte nur brieflich beantwortet werden. Also schickte ich mein Zeugnis und meine Bewerbung hin, hegte aber nicht die geringste Hoffnung, die Stelle zu erhalten. Doch postwendend kam eine Antwort. Wenn ich mich am folgenden Montag vorstellen wollte, könnte ich die Arbeit sofort antreten. Vorausgesetzt, dass mein Äußeres anspreche. Keiner weiß genau, wie sowas läuft. Vielleicht greift der Chef einfach in den Haufen Bewerbungen und nimmt den ersten, dessen Brief er zu fassen kriegt. Wie dem auch sei. Jedenfalls war diesmal ich dran. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich je wieder so wohlfühlen werde. Als Gehalt sollte ich ein Pfund mehr die Woche verdienen. Und die Arbeit war ungefähr die gleiche wie bei Coxon. Und jetzt also zu der fragwürdigen Seite der Sache. Ich wohne draußen in Hampstead. Potters Terrace 17 ist die Adresse. Nun, ich sitze da und rauche eine. Genau an dem Tag, als mir eine Anstellung zugesagt worden war. Da kommt meine Wirtin mit einer Visitenkarte. Ava Pinna, Finanzagent, steht drauf. Ich hatte den Namen noch nie gehört und konnte nicht ahnen, was der Mann von mir wollte. Sagte aber selbstverständlich, sie solle ihn rauflassen. Und dann war er da. Mittelgroß, schwarze Haare, schwarze Augen, schwarzer Bart. Die Nase etwas glänzend. Er trat energisch auf und sprach wie einer, der weiß, dass seine Zeit wertvoll ist. Mr. Hall Pyecroft, sagte er. Ja, Sir, antwortete ich und schob ihm einen Stuhl hin. Letzte Stellung bei Coxon und Woodhouse? Ja, Sir. Und jetzt bei Mawson? Ganz recht. Na dann, sagte er. Ich habe von Ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten auf dem Finanzgebiet gehört. Sie erinnern sich an Parker, den Geschäftsführer bei Coxon? Der überschlägt sich fast vor Lob. Natürlich hörte ich das gern. Ich war im Büro immer ziemlich tüchtig. Aber dass man in der City so über mich sprach, hätte ich mir nicht träumen lassen. Sie haben ein gutes Gedächtnis? fragte er. Ziemlich gut, antwortete ich bescheiden. Haben Sie mit dem Markt Verbindung gehalten, nachdem Sie Ihre Arbeit verloren? fragte er. Ja. Ich habe jeden Morgen den Börsenbericht gelesen. Das nenne ich Eifer, rief er. So kommt man voran. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen ein bisschen auf den Zahn fühle? Also, wie stehen Eierschireys? 105 bis 105, ein Viertel. Und New Zealand Consolidated? 104. Und British Broken Hills? 7 bis 7,6. Wunderbar, rief er und warf die Hände hoch. Das passt genau zu dem, was ich gehört habe. Alter Junge, Sie sind viel zu gut, um den Angestellten bei Morsen zu spielen. Wie Sie sich denken können, war der Ausbruch für mich eine ziemliche Überraschung. Nun, sagte ich, andere Leute halten bei weitem nicht so viel von mir wie Sie, Mr. Pinner. Ich musste ganz schön kämpfen, bis ich die Stelle bekam, und ich bin froh, dass ich Sie habe. Pah, Mann! Sie sollten darüber stehen. Das ist doch nicht Ihr Wirkungskreis. Jetzt werde ich Ihnen mal erklären, wie Sie mit mir dran sind. Was ich Ihnen anzubieten habe, ist zwar wenig, wenn man es an Ihren Fähigkeiten misst, aber verglichen mit Morsen doch wie Tag und Nacht. Wann fangen Sie bei Morsen an? Am Montag. Haha! Ich würde eine kleine Wette drauf riskieren, dass Sie da überhaupt nicht hingehen. Überhaupt nicht? Genau so, Sir. An dem Tag werden Sie Geschäftsführer der Franco-Mittlen-Metallwaren-Kompanie sein, mit 134 Niederlassungen in französischen Städten und Dörfern, nicht gerechnet die in Brüssel und San Remo. Das verschlug mit dem Atem. Ich habe nie von der Firma gehört, sagte ich. Natürlich nicht. Das Ganze ist so still wie möglich gehalten worden. Alles Kapital wurde von Privatleuten gezeichnet. Es ist eben eine zu gute Sache, um Sie an die große Glocke zu hängen. Mein Bruder, Harry Pinner, ist der Gründer und wird der Firmenleitung nach der Konstituierung als geschäftsführender Direktor angehören. Er wusste, dass ich nach London fahren wollte und trug mir auf, mich nach einem jungen Mann umzusehen. Nach einem jungen, vorwärtsstrebenden Mann mit Biss. Parker sprach von Ihnen. Und so bin ich heute Abend hier. Wir können Ihnen für den Anfang nur lächerliche 500 bieten. 500 pro Jahr, rief ich. Für den Anfang. Aber Sie sind mit einem Prozent an dem Umsatz beteiligt, den Ihre Agenten machen. Und das, darauf gebe ich Ihnen mein Wort, wird mehr ergeben als Ihr Gehalt. Aber ich verstehe nichts von Metallwaren. Ach, mein Junge, Sie verstehen etwas von Zahlen. In meinem Kopf summte es und ich konnte kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben. Doch dann stieg plötzlich leiser Zweifel in mir hoch. Ich muss offen mit Ihnen reden, sagte ich. Morsen gibt mir nur 200 im Jahr, aber Morsen ist solide. Wirklich, ich weiß so wenig von Ihrer Gesellschaft. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, rief er. Und mir schien, er schwappte über vor Begeisterung. Sie sind genau der richtige Mann für uns. Sie lassen sich nicht einfach beschwatzen. Und das ist in Ordnung. Also, hier ist eine 100-Pfund-Note. Wenn Sie meinen, wir kommen miteinander ins Geschäft, dann stecken Sie sie ein, als Vorschuss auf Ihr Gehalt. Sie sind sehr großzügig, sagte ich. Wann soll ich meine Stellung antreten? Seien Sie morgen um eins in Birmingham, sagte er. Stellen Sie sich mit diesem Brief bei meinem Bruder vor. Sie finden Ihnen der Corporation Street 126 B im vorläufigen Büro der Gesellschaft. Selbstverständlich muss er unsere Abmachungen erst mal bestätigen, aber unter uns, es geht alles in Ordnung. Ich weiß wirklich nicht, Mr. Pinner, wie ich Ihnen danken soll, sagte ich. Ach, nicht der Rede wert, mein Junge. Jedem nach seinem Verdienst. Es gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten, reine Formalitäten, die wir regeln müssen. Da sehe ich ein Blatt Papier. Schreiben Sie drauf. Ich bin einverstanden, als Geschäftsführer bei der Franco-Middlen-Metallwaren-Kompanie für ein Mindestgehalt von 500 Pfund per anno zu arbeiten. Ich tat, was er von mir verlangte, und er steckte das Papier ein. Noch etwas, sagte er. Was wollen Sie in Bezug auf Morsen machen? In meiner Freude hatte ich Morsen fast vergessen. Ich werde schreiben, dass ich von der Bewerbung zurücktrete, sagte ich. Genau das sollten Sie nicht tun. Ich hatte ihretwegen einen Streit mit Morsens Geschäftsführer. Ich war zu ihm gegangen, um mich bei ihm nach Ihnen zu erkundigen, und er wurde beleidigend. Ich wollte Sie von seiner Firma weglocken und Ähnliches. Schließlich habe ich ziemlich die Geduld verloren. Wenn Sie gute Leute wollen, dann müssen Sie anständige Gehälter zahlen, sagte ich. Er wird unser niedriges Gehalt Ihrem Hohen vorziehen, sagte er. Ich wette um einen Fünfer, sagte ich, dass Sie nichts mehr von ihm hören werden, wenn er mein Angebot kennt. Abgemacht, sagte er. Wir haben ihn aus dem Rinnstein aufgelesen, er wird uns nicht ohne weiteres sitzen lassen. Genau das hat er gesagt. Dieser unverschämte Schuft, rief ich. Ich habe ihn noch nie im Leben gesehen. Warum sollte ich auf ihn Rücksicht nehmen? Ich werde also nicht schreiben, wenn Sie es nicht wollen. Gut denn, das ist dein Wort, sagte er und stand auf. Ich freue mich, einen so guten Mann für meinen Bruder gewonnen zu haben. Hier ist der Vorschuss über 100 Pfund. Und hier der Brief. Notieren Sie sich die Adresse. Corporation Street 126 B. Und vergessen Sie nicht, dass Sie morgen um ein Uhr verabredet sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und das Glück, das Sie verdienen. Das war ungefähr alles, soweit ich mich erinnere. Sie können sich wohl vorstellen, Dr. Watson, wie froh ich über das außergewöhnliche Glück war, das mir wieder fuhr. Die halbe Nacht lag ich wach und gratulierte mir immer wieder. Und am nächsten Morgen reiste ich mit einem Zug nach Birmingham, der mir viel Zeit bis zu der Verabredung gieß. Ich brachte mein Gepäck in ein Hotel in der New Street und machte mich dann auf den Weg zu der Adresse, die ich erhalten hatte. Eine Viertelstunde vor der Zeit war ich dort. Aber ich dachte, das kann nichts schaden. Der Eingang zu Nummer 126 B. liegt zwischen zwei großen Läden. Das Haus hat eine steinerne Wendeltreppe, von der viele Apartments abgehen, die an Gesellschaften oder Geschäftsleute vermietet sind. Die Namen sind mit Farbe an die Wände geschrieben, aber einen Namen wie Franco Midland Metallwaren Company gab es nicht. Zwei Minuten stand ich, das Herz war mir in die Hose gerutscht und ich fragte mich, ob das Ganze nicht ein ausgemachter Jux war, als ein Mann die Treppe heraufkam und mich ansprach. Er ähnelte dem Burschen sehr, den ich am Abend zuvor kennengelernt hatte. Dieselbe Figur, dieselbe Stimme, nur war er glatt rasiert und hatte helleres Haar. »Sind Sie Mr. Hall Pycroft?« fragte er. »Ja«, sagte ich. »Ich erwarte Sie, aber Sie sind ein bisschen früh dran. Heute Morgen erhielt ich einen Brief von meinem Bruder, der Sie in den höchsten Tönen lobt. Ich habe nach Ihrem Büro Ausschau gehalten, bevor Sie kamen. Unser Firmenname ist noch nicht angeschrieben, denn wir haben vorige Woche erst diese provisorische Unterkunft gefunden. Darf ich Sie mit mir nach oben bitten, da können wir alles besprechen.« Ich folgte ihm eine hohe Treppe hinauf und unterm Dach führte er mich in einige leere, staubige Zimmer ohne Teppiche und Vorhänge. Ich hatte an ein großes Büro mit polierten Tischen und Scharen von Angestellten gedacht, so wie ich es gewohnt war und starrte nun auf zwei Kiefernholzstühle und einen kleinen Tisch, die zusammen mit einem Hauptbuch und einem Papierkorb das ganze Mobiliar darstellten. »Lassen Sie sich nicht entmutigen, Mr. Pycroft«, sagte mein neuer Bekannter, als er sah, dass mein Gesicht immer länger wurde. »Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Und hinter uns steckt viel Geld, wenn wir das auch nicht in Eleganz ausstellen. Bitte, setzen Sie sich und geben Sie mir das Schreiben.« Ich gab es ihm und er las es sorgfältig durch. »Sie scheinen ja großen Eindruck auf meinen Bruder Arthur gemacht zu haben,« sagte er, »und ich weiß, dass er ein verdammt schlauer Menschenkenner ist. Er schwört auf London, müssen Sie wissen, und ich auf Birmingham. Aber diesmal werde ich seinem Rat folgen. Bitte betrachten Sie sich als angestellt.« »Was sind meine Aufgaben?« fragte ich. »Sie werden erst einmal das große Lager in Paris leiten, von dem aus sich eine Flut englischer Töpferware in die Läden unserer 134 Agenten in Frankreich ergießen wird. Die Einrichtung ist in einer Woche beendet. Sie bleiben inzwischen in Birmingham und machen sich nützlich. »Wie denn?« Als Antwort zog er ein dickes, rotes Buch aus einer Schublade. »Das ist ein Adressbuch von Paris,« sagte er. »Die einzelnen Firmen sind nach den Namen ihrer Inhaber aufgeführt. Ich möchte, dass Sie es mit nach Hause nehmen und alle Eisenwarenhändler mit ihren Adressen herausziehen. Eine solche Liste wäre von größtem Nutzen für mich.« »Es gibt doch sicherlich schon derartige Aufstellungen,« gab ich zu bedenken. »Keine verlässlichen. Das System der Zusammenstellung weicht von unseren ab. Machen Sie sich an die Arbeit und bringen Sie mir die Liste am Montag um zwölf. Guten Tag, Mr. Pycraft. Wenn Sie weiterhin Eifer und Intelligenz an den Tag legen, werden Sie sehen, dass unsere Gesellschaft ein guter Brotgeber ist.« Ich ging, das dicke Buch unterm Arm, die widerstreitendsten Gefühle in der Brust, in mein Hotel zurück. Einerseits war ich nun endgültig angestellt und hatte hundert Pfund in der Tasche. Andererseits hatten das Aussehen des Büros, das Fehlen des Namens an der Wand und anderes, was den Status meiner Brotgeber betraf, das einen Geschäftsmann schon vor den Kopf aufstoßen konnte, einen schlechten Eindruck auf mich gemacht. Doch wie dem auch sein mochte. Ich hatte mein Geld und so begab ich mich an die Erfüllung meiner Aufgabe. Den ganzen Sonntag überarbeitete ich intensiv und doch war ich am Montag erst bis zum Buchstaben H gekommen. Ich ging zu meinem Chef, traf ihn in denselben abgetagelten Räumen an und bekam den Bescheid, die Arbeit bis zum Mittwoch fortzusetzen und dann wieder zu erscheinen. Mittwoch war ich auch noch nicht fertig und so schuftete ich weiter bis Freitag. Das war gestern. Da konnte ich bei Mr. Harry Pinner das Resultat abliefern. Vielen Dank, sagte er. Ich fürchte, ich hatte die Schwierigkeit der Aufgabe unterschätzt. Die Liste wird uns eine sehr große Hilfe sein. Es hat ein bisschen lange gedauert, sagte ich. Und jetzt möchte ich, sagte er, dass Sie eine Liste aller Möbelhandlungen zusammenstellen. Die verkaufen nämlich alle Steingut. Geht in Ordnung. Kommen Sie morgen Abend um sieben wieder und berichten Sie mir, wie Sie vorankommen und überarbeiten Sie sich nicht. Am Abend ein paar Stunden in Days Music Hall können nicht schaden. Als er das sagte, lachte er. Und da sah ich mit Schrecken, dass sein zweiter Zahn links unten sehr schlecht war und eine Goldplombe hatte. Sherlock Holmes rieb sich vergnügt die Hände und ich starrte unseren Klienten überrascht an. Sie mögen erstaunt sein, Dr. Watson, aber es handelt sich um Folgendes, sagte der junge Mann. Als ich in London mit dem anderen Burschen sprach, hatte der gelacht, weil ich bei Morsen anfangen wollte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass derselbe Zahn genau so plombiert war. Der Goldschimmer hatte damals wie jetzt meinen Blick angezogen. Ich fügte diese Entdeckung zu der Stimme und der Figur, die die gleichen waren und bedachte, was sich durch ein Rasiermesser und eine Perücke verändern ließ. Und da gab es für mich keinen Zweifel mehr, dass ich es mit ein und demselben Mann zu tun hatte. Natürlich können zwei Brüder sich sehr ähnlich sehen, aber ein und derselbe Zahn wird doch nicht auf die gleiche Weise plombiert sein. Er komplimentierte mich hinaus und als ich auf der Straße war, wusste ich nicht, ob ich auf dem Kopf oder auf den Füßen stand. Im Hotel steckte ich den Kopf in eine Schüssel mit kaltem Wasser und versuchte, alles zu durchdenken. Warum hatte er mich von London nach Birmingham gelockt? Wieso war er früher angekommen als ich? Und warum hatte er an sich selbst einen Brief geschrieben? Das war zu viel für mich. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Und dann kam mir plötzlich der Einfall, dass das, was für mich dunkel war, für Sherlock Holmes etwas leicht durchschaubares sein könnte. So bin ich dann noch mit dem Nachtzug losgefahren, um ihn heute früh aufzusuchen und sie beide nach Birmingham zu holen. Nachdem der Gehilfe des Börsenmaklers den Bericht über sein erstaunliches Erlebnis beendet hatte, herrschte erst einmal Stille. Sherlock Holmes richtete den Blick auf mich. Er lehnte in den Polstern, sein Gesicht zeigte Zufriedenheit und doch auch ein Zögern wie das eines Weinkenners, der gerade den ersten Schluck von einem ausgezeichneten Jahrgang gekostet hat. Schöne Geschichte, Watson, wie? sagte er. Es gibt ein paar Sachen, die mir gefallen. Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, dass eine Unterhaltung mit Mr. Ava Harrypinner in dem provisorischen Büro der Franco-Middlen-Metallwaren-Kompanie eine interessante Erfahrung für uns beide sein könnte. Aber wie sollen wir das anstellen? fragte ich. Ach, ganz leicht, sagte Hall Pycroft aufgeräumt. Sie sind zwei Freunde von mir, die sich nach einer Arbeit umschauen. Und was wäre natürlicher, als dass ich sie dem geschäftsführenden Direktor vorstelle? So ist es, ganz genau so, sagte Holmes. Ich möchte einen Blick auf diesen Gentleman werfen und sehen, ob ich aus der Geschichte schlau werde. Welche Fähigkeiten haben Sie, mein Freund, die Ihre Dienste ihm so wertvoll machen? Oder wäre es möglich, dass... Er begann an den Fingernägeln zu kauen und starrte mit leerem Blick aus dem Fenster und wir bekamen kaum noch ein Wort aus ihm heraus, bis wir in der New Street standen. An jenem Abend um sieben Uhr gingen wir zu dritt zur Corporation Street zum Büro der Gesellschaft. Es hat keinen Zweck, vor der Zeit da zu sein, sagte unser Klient, denn er kommt anscheinend nur her, um sich mit mir zu treffen. Bis dahin stehen die Räume leer. Das leuchtet mir ein, bemerkte Holmes. Du lieber Himmel, habe ich es Ihnen nicht gesagt, rief unser Freund. Dort vorn ist er. Er zeigte auf einen kleinen, blonden, gut angezogenen Mann, der mit schnellen Schritten auf der anderen Straßenseite ging. Wir sahen, wie er zu einem Jungen auf unserer Seite herüberschaute, der die Abendausgaben ausrief, wie er sich zwischen Droschken und Bussen hindurchwand und eine Zeitung kaufte. Dann verschwand er in einem Hauseingang. Da ist er wieder, rief Hall Pycroft. In dem Haus befinden sich die Büros der Gesellschaft. Kommen Sie mit. Ich werde es arrangieren. Wir folgten ihm ins fünfte Stockwerk, wo unser Klient an eine halb geöffnete Tür klopfte. Eine Stimme sagte, herein, und wir betraten einen nackten, unmöbilierten Raum, so wie Hall Pycroft es beschrieben hatte. An dem einzigen Tisch saß der Mann, den wir auf der Straße gesehen hatten, die Abendzeitung vor sich ausgebreitet, und als er hochblickte, schien mir, ich hätte noch nie ein Gesicht gesehen, das so von Kummer gezeichnet war oder vielmehr von etwas, das den Kummer übertraf, von einem Schrecken, wie er nur wenige Menschen im Leben befällt. Die Stirn glänzte schweißnaß, die Wangen waren vom stumpfen, toten Weiß eines Fischbauchs überzogen, und die Augen starrten wild. Er sah auf seinen Angestellten, als könne er sich seiner nicht erinnern, und an dem Staunen unseres Führers erkannte ich, dass dies auf keinen Fall das gewöhnliche Gesicht seines Chefs war. Sie sehen krank aus, Mr. Pinner, rief er. Ja, es geht mir nicht sehr gut, antwortete der andere und unternahm offensichtlich Anstrengungen, sich zusammenzureißen. Er leckte sich die trockenen Lippen, ehe er weitersprach. Wer sind die Herren, die Sie mitgebracht haben? Der eine ist Mr. Harris aus Bermondsey, der andere ist Mr. Price aus dieser Stadt, sagte unser Freund rasch. Sie sind Freunde von mir, berufserfahrene Männer, die seit einiger Zeit keine Beschäftigung besitzen. Sie hoffen, dass Sie ihnen Arbeit in der Gesellschaft verschaffen können. Sehr wohl möglich, sehr wohl möglich. rief Mr. Pinner mit einem gespenstischen Lächeln. Ja, ich zweifle nicht, dass wir etwas für Sie tun können. Welchen Beruf haben Sie, Mr. Harris? Ich bin Buchhalter, sagte Holmes. Ja, ja, das brauchen wir. Und Sie, Mr. Price? Schreiber, sagte ich. Ich glaube bestimmt, dass die Gesellschaft Sie einstellen wird. Ich lasse von mir hören, sobald eine Entscheidung gefallen ist, und nun gehen Sie bitte. Lassen Sie mich um Gottes Willen allein. Die letzten Worte wurden herausgeschleudert, als sei die Beherrschung, die er sich offensichtlich auferlegt hatte, plötzlich und völlig zusammengefallen. Holmes und ich blickten einander an, und Terl Pycroft tat einen Schritt näher zum Tisch. Sie vergessen, Mr. Pinner, dass ich mit Ihnen verabredet bin, um Anweisungen entgegenzunehmen, sagte er. Ich weiß, Mr. Pycroft, ich weiß, antwortete der andere im ruhigeren Ton. Warten Sie einen Augenblick hier, und es gibt natürlich keinen Grund, warum Ihre Freunde nicht auch bleiben sollten. In drei Minuten stehe ich Ihnen zur Verfügung, wenn ich Ihre Geduld so lange in Anspruch nehmen darf. Er stand auf, verbeugte sich sehr höflich vor uns und ging durch eine Tür am anderen Ende des Zimmers, die er hinter sich schloss. Was nun? flüsterte Holmes. Er entkommt uns. Unmöglich, antwortete Pycroft. Wieso? Weil die Tür nur in einen anderen Raum führt. Und es gibt keinen Ausgang? Keinen. Ist der Raum möbliert? Und gestern stand er leer. Was zum Teufel sucht er dann da drin? Ich verstehe hier einiges nicht. Wenn es jemals einen Mann gab, der vor Angst fast durchdrehte, dann heißt er Pinner. Was hat nur das große Zittern über ihn gebracht? Er vermutet, dass wir Detektive sind, gab ich zu bedenken. Das wird's sein, sagte Pycroft. Holmes schüttelte den Kopf. Er ist nicht bleich geworden. Er war schon bleich, als wir den Raum betraten, sagte er. Es ist möglich, dass... Ein Klopfen unterbrach ihn, das aus der Richtung der Tür kam. Warum um alles in der Welt klopft er an seine eigene Tür, rief Pycroft. Wieder hörten wir das Klopfen, diesmal lauter. Wir blickten alle erwartungsvoll zu der Tür hin. Ich sah, wie Holmes' Gesicht hart wurde, wie er sich in starker Erregung vorbeugte. Dann hörten wir ein leises, gurgelndes Geräusch und kurzes, heftiges Trommeln auf Holz. Holmes raste durch den Raum und drückte gegen die Tür. Sie war von der anderen Seite verschlossen. Seinem Beispiel folgend warfen wir uns gegen sie. Eine Angel brach, dann die andere und die Tür fiel krachend zu Boden. Wir stürmten über sie hinweg und standen im Nebenraum. Er war leer. Aber unsere Unschlüssigkeit wehrte nur einen Augenblick. In einer Ecke, der Ecke nächst dem Raum, aus dem wir kamen, gab es noch eine Tür. Holmes stürzte los und riss sie auf. Ein Rock und eine Weste lagen auf dem Boden und an einem Haken hinter der Tür hing die eigenen Hosenträger um den Hals, der geschäftsführende Direktor der Franco-Mittlend-Metallwaren-Kompanie. Die Knie waren hochgezogen, der Kopf stand schrecklich verdreht vom Körper ab. Das Klopfen der Absätze gegen die Tür verursachte das Geräusch, das uns aufgestört hatte. Eine Sekunde später hatte ich ihn um die Hüften gepackt und hielt ihn hoch, während Holmes und Pycroft die elastischen Bänder lösten, die sich in die bläulichen Hautfalten des Halses eingegraben hatten. Wir trugen ihn ins Nebenzimmer und da lag er dann mit schiefergrauem Gesicht. Die hochroten Lippen stülpten sich bei jedem Atemzug nach außen, das furchtbar anzusehende Wrack eines Mannes. Wie steht es um ihn, Watson? fragte Holmes. Ich beugte mich über den Mann und untersuchte ihn. Sein Puls ging schwach und unregelmäßig, aber sein Atem wurde tiefer und dann flatterten die Lieder schwach und ein schmaler Streifen der Augäpfel wurde sichtbar. Das war um Haares Breite, sagte ich, aber nun wird er es überstehen. Öffnen Sie das Fenster und geben Sie mir die Wasserkaraffe. Ich öffnete dem Mann dem Kragen, goss ihm das kalte Wasser über das Gesicht und hob und senkte seine Arme, bis er einen langen, natürlichen Atemzug tat. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, sagte ich, als ich mich von ihm abwandte. Holmes stand am Tisch, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben und das Kinn auf die Brust gesenkt. Ich glaube, wir sollten jetzt die Polizei rufen, sagte er. Ich gestehe aber, dass ich ihr am liebsten einen abgeschlossenen Fall übergeben würde, wenn sie kommt. Das ist für mich alles ein Geheimnis, rief Pycroft und kratzte sich am Kopf. Warum haben die mich hierher kommen lassen, wenn sie dann... Ach, es ist alles klar, sagte Holmes ungeduldig. Um die letzte plötzliche Wendung geht es. Sie verstehen also das andere? Ich denke, es liegt auf der Hand. Was meinen Sie, Watson? Ich zuckte die Schultern. Ich muss gestehen, es übersteigt meine Vorstellungskraft, sagte ich. Aber nicht doch. Wenn Sie die Ereignisse betrachten, dann sehen Sie, dass Sie nur in eine Richtung weisen. Und in welche? Nun, die ganze Sache beruht auf zwei Punkten. Der erste besteht darin, dass man Pycroft dahin gebracht hat, eine Erklärung zu schreiben, woraufhin er in den Dienst dieser abgeschmackten Gesellschaft eintrat. Begreifen Sie nicht, wie bedeutsam das ist? Ich fürchte, ich komme nicht dahinter. Nun, warum haben Sie ihn dahin gebracht, das zu tun? Mit der Anstellung hat es nichts zu schaffen, denn solche Vereinbarungen werden im Allgemeinen mündlich getroffen und es gab überhaupt keinen Grund, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen. Erkennen Sie nicht, mein junger Freund, dass man sehr daran interessiert war, eine Probe ihrer Handschrift zu bekommen und dass man keinen anderen Weg sah als diesen. Aber warum? Ganz recht. Warum? Wenn wir das beantworten können, sind wir mit unserem kleinen Problem ein Stück weiter. Warum? Ich kann mir nur einen hinreichenden Grund denken. Irgendjemand wollte ihre Schrift nachahmen, musste sich aber dafür erst eine Vorlage verschaffen. Wenn wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, dann sehen wir, dass er den ersten erhält und umgekehrt. Dieser Punkt ist die Forderung Pinners, dass sie ihre Zusage nicht zurückziehen, sondern den Chef des bedeutenden Unternehmens in dem Glauben lassen sollten, ein Mr. Hall Pycraft, den er noch nie gesehen hatte, würde am Montagmorgen den Dienst in seinem Büro antreten. Mein Gott, rief unser Klient, was bin ich doch für ein blindes Huhn gewesen. Jetzt wissen sie, was ihre Handschrift ausmachen musste. Angenommen, jemand wäre dort aufgetaucht, der eine völlig andere Schrift besaß als die, in der ihre Bewerbungen um die Stellung gehalten war, dann wäre die Sache natürlich aufgeflogen. Aber inzwischen hatte der Schurke ihre Schrift nachzuahmen gelernt und so konnte er seiner Sache sicher sein, wenn, wie ich annehme, niemand im Büro sie jemals gesehen hat. Keine Menschenseele kennt mich da, stöhnte Hall Pycraft. Sehr gut. Natürlich war es von äußerster Wichtigkeit, dass sie es sich nicht anders überlegten und gleichfalls, dass sie davon abgehalten wurden, mit irgendjemanden Berührung zu bekommen, der ihnen erzählen konnte, dass ihr Doppelgänger im Morsons Büro arbeitete. Deshalb gab man ihnen einen ansehlichen Vorschuss auf ihr Gehalt, lockte sie in die Midlands und verpasste ihnen genügend Arbeit, um sie vor der Rückkehr nach London abzuhalten, wo sie das Spielchen hätten auffliegen lassen können. Soweit ist alles geklärt. Aber warum soll dieser Mann vorgegeben haben, sein eigener Bruder zu sein? Nun, auch das ist klar. An der Sache sind offensichtlich nur zwei Leute beteiligt. Der andere sitzt jetzt als Hall Pycroft im Büro. Dieser hier war derjenige, der sie engagierte und ihm war bewusst, dass er, um ihnen einen Arbeitgeber vorzusetzen, eine dritte Person in die Sache hätte einweihen müssen. Das aber wollte er auf keinen Fall. Also veränderte er sein Äußeres so gut er konnte und vertraute darauf, dass sie die Ähnlichkeit, die ihnen auffiel, der nahen Verwandtschaft zuschreiben würden. Ohne den glücklichen Zufall, dass sie die Goldplombe entdeckten, wäre ihr Verdacht vermutlich nie geweckt worden. Hall Pycroft schüttelte die Fäuste. Guter Gott, rief er, was hat nur der andere Hall Pycroft bei Morsen gemacht, während man mich hier an der Nase herumführte? Was können wir tun, Mr. Holmes? Was soll ich tun? Sagen Sie mir das. Wir müssen Morsen telegrafieren. Das Büro wird samstags um zwölf geschlossen. Das macht nichts. Es wird doch wohl einen Pförtner oder ähnliches geben. Ja, ja, Sie haben einen ständigen Wächter wegen der Wertpapiere, die dort deponiert sind. Ich erinnere mich, dass in der City davon geredet wurde. Gut denn, wir werden telegrafieren und uns erkundigen, ob alles in Ordnung ist und ob ein Schreiber ihres Namens dort arbeitet. Das wäre also geklärt, aber nicht klar ist, warum der eine der Schurken kurz nach unserem Kommen den Raum verlassen und sich aufgehängt hat. Die Zeitung krächste eine Stimme hinter uns. Der Mann saß jetzt bleich und gespenstisch, aber schon wieder mit Augen in die Vernunft zurückkehrte und rieb sich nervös die breite rote Strieme, die noch immer an seinem Hals zu sehen war. Die Zeitung, natürlich, schrie Holmes sofort sehr aufgeregt. Ich war ein Idiot. Ich habe so sehr an einen Zusammenhang mit unserem Besuch gedacht, dass mir die Zeitung nicht eine Sekunde in den Sinn gekommen ist. Selbstverständlich liegt dort die Erklärung. Er glättete die Zeitung auf dem Tisch und ein Triumphschrei löste sich von seinem Lippen. Schauen Sie sich das an, Watson, rief er. Es ist eine Londoner Zeitung, eine Frühausgabe des Evening Standard. Hier steht, was wir brauchen. Sehen Sie die Schlagzeilen. Verbrechen in der City, Mord bei Morsen und Williams, Raubversuch riesigen Ausmaßes, Festnahme des Verbrechers. Nehmen Sie, Watson, wir sind begierig, die Nachricht zu hören. Seien Sie so freudlich, sie uns vorzulesen. Nach der Platzierung in der Zeitung schien die Begebenheit das Wichtigste zu sein, was sich in London ereignet hatte. Die Meldung hatte folgenden Wortlaut. Ein rücksichtsloser Raubversuch, der mit dem Tod eines Mannes und mit der Gefangennahme des Verbrechers seinen Höhepunkt fand, ereignete sich heute Nachmittag in der City. Seit einiger Zeit liegen im Haus Morsen und Williams dem bekannten Finanzunternehmen Wertpapiere, deren Gesamtwert eine Million Pfund Sterling beträchtlich übersteigt. Der Geschäftsführer des Unternehmens war sich der Verantwortung, die dadurch auf ihm lastete, so sehr bewusst, dass er modernste Safes anschaffte und Tag und Nacht einen bewaffneten Wächter in dem Gebäude patrouillieren ließ. Es scheint, dass letzte Woche ein gewisser Hall Pycraft als Schreiber in der Firma anfing. Und diese Person ist vermutlich kein anderer als Beddington, der berüchtigte Fälscher und Tresorknacker, der vor kurzem zusammen mit seinem Bruder aus fünfjähriger Zuchthaushaft entlassen wurde. Auf eine noch ungeklärte Weise hat er unter falschem Namen die Stellung im Büro der Firma erhalten, die er dazu ausnutzte, Abdrücke von den verschiedenen Schlössern anzufertigen und sich eine genaue Kenntnis der Lage des Tresorraums und der Safes anzueignen. Es ist bei Mawson üblich, dass die Angestellten Samstagmittags das Büro verlassen. Deshalb war Sergeant Tewson von der City-Polizei einigermaßen erstaunt, als er einen Mann mit einer Reisetasche um 20 nach eins aus dem Haus treten sah. Da sein Verdacht geweckt war, folgte der Sergeant dem Mann und es gelang ihm, mit Hilfe von Constable Pullock, ihn nach verzweifelter Gegenwehr festzunehmen. Bald stellte sich heraus, dass ein gewaltiger Raub gewagt worden war. Amerikanische Eisenbahnaktien im Wert von fast 100.000 Pfund und eine große Anzahl Interimsscheine anderer Minen und Gesellschaften wurden in der Reisetasche entdeckt. Als man das Gebäude durchsuchte, fand man die Leiche des unglücklichen Wächters. Sie war in den größten Safe gepfercht wo sie vor Montagmorgen nicht entdeckt worden wäre, hätte Sergeant Tewson nicht entschlossen gehandelt. Der Schell des Mannes war durch einen hinterrücks geführten Schlag mit einer Eisenstange zertrümmert worden. Zweifellos hatte Beddington sich Einlass in das Gebäude verschafft, in dem er vorgab, etwas vergessen zu haben, und nachdem er den Wächter ermordet hatte, raubte er den Haupttresor in aller Eile aus und wollte sich mit der Beute davon machen. Sein Bruder, der gewöhnlich mit ihm zusammen arbeitete, trat bei dem Kuh nicht in Erscheinung. Trotzdem unternimmt die Polizei verstärkte Nachforschungen nach dessen derzeitigem Aufenthaltsort. Nun, wir können der Polizei in dieser Hinsicht einige Mühe ersparen, sagte Holmes mit einem Blick auf die zusammengesunkene Gestalt nahe dem Fenster. Die menschliche Natur ist auf seltsame Weise widersprüchlich. Watson, Sie sehen, dass selbst ein Schurke und Mörder einen großen Einfluss auf seinen Bruder ausübt. Sogar einen so großen, dass der versucht, Selbstmord zu begehen, wenn er erfährt, dass der andere sein Leben verwirkt hat. Wie dem auch sei, wir haben hier keine Wahl. Der Doktor und ich bleiben, Mr. Pycraft, in dass Sie sich freundlicherweise nach der Polizei umsehen. Einfluss scrape